Musik Ja, aufgrund der aktuellen Temperaturen unterbrechen wir einmal unser aktuelles Programm, liebe Zuschauer. Denn es ist sehr, sehr kalt geworden. Biestig kalt sozusagen. Und die Autos, die frieren uns ein. Wir müssen irgendwas dagegen tun und darauf möchten wir sofort reagieren und Ihnen die richtigen Produkte anbieten. Ja, dem einen oder anderen ist es schon so gegangen. Ups, das Auto ist vereist. Mir. Das ist mein Eiskratzer um den letzten Jahr. Und ja, da könnte der verloren gegangen sein. Ist ja schon lange her seit dem letzten Eis. Aber hier haben wir einen für Sie, der ist einfach hervorragend. Wir kennen das alle mit dieser Parkscheibe, die aus Hartplassung ist. Ja, aber wenn du mit der das Eis wegräumst, das geht die ersten zehn Zentimeter gut. Wenn du aber weiter in die Mitte der Scheibe willst, musst du dich gegen das vereiste Auto lehnen. Das heißt, deine ganzen Klamotten sind dann auch mit vereist beziehungsweise schmutzig. Hier haben wir eine enorme Reichweite mit über 30 Zentimetern Länge. Und vor allem, wir haben hier eine sehr, sehr robuste und auch scharfkantige Kupferklinge. Und mit dieser Kupferklinge bekomme ich das Eis unglaublich schnell weg. Und ganz, ganz wichtig, das ist hart zum Eis, aber weich zur Scheibe. Das heißt, es gibt hier keine Verkratzungen oder Ähnliches. Man braucht überhaupt keine Angst zu haben. Aber kann da richtig effektiv das Eis bekämpfen. Und zwar ohne sich gegen das Auto zu lehnen. Man steht bequem darüber. Du kommst weit über die Mitte der Windschutzscheibe hin. Und die andere Seite kann ich auch gerne nehmen. Also auf der anderen Seite ist eine Gummilippe, um jetzt zum Beispiel das Schnee, auch den Schnee zu entfernen. Was ja auch unbedingt Pflicht ist. Ja, ein ganz, ganz tolles Produkt hier für Sie mit der NC 54550 und der 569. Oder Sie entscheiden sich dann, oder beides auch, für unser tollen Windschutzscheibenwunder. Das habe ich auch im Auto. Das ist für die inneren Scheiben. Ja, richtig. Erstmal zum Putzen, ohne sich zu verrenken. Und zum Zweiten auch, jetzt passiert es oft, dass man einsteigt und die komplette Scheibe ist angelaufen. Und bevor das Gebläse richtig zu wirken kommt, das geht eine Weile. Also dann fährst du einfach von links nach rechts, von oben nach unten und hast die Scheibe frei. Also vielfältig einsetzbar zum Reinigen oder auch einfach, um den Beschlag zu entfernen. Die SD505 und die 569, da ihre Bestellnummer. 3,71 Euro. Habe ich auch in meinem Auto. Ist super, um zwischendurch auch einfach mal die Scheiben zu putzen. Denn klare, gute Sicht ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ist ein Sicherheitsfaktor. Also holen Sie sich beides. Eiskratzer und Windschutzscheibenwunder. Einfacher kann es nicht sein. Einfach auf die Seite, in die Seitenablage und dann allzeit gute Fahrt.